Es sieht aus wie ganz normaler Hallenfußball, ist es aber nicht. Es nennt sich Futsal und gilt als eine der am schnellsten wachsenden Sportarten der Welt. Futsal darf nicht mit dem normalen Hallenfußball verwechselt werden. Es ist die von der FIFA anerkannte Variante und kommt ursprünglich aus Lateinamerika. Weltfußballer wie Neymar, Messi oder Xavi haben das schon in ihrer Jugend gelernt und ihre Karriere sozusagen damit begonnen. Der Name Futsal leitet sich vom portugiesischen Ausdruck Futebol de Salau ab. In Deutschland ist Futsal noch relativ unbekannt. Seit 2003 trauen sich jedoch unterschiedliche Vereine an die Trendsportart heran, wie zum Beispiel der TSV Neuried aus dem Landkreis München. Ich bin zum Futsal gekommen, als ich ein halbes Jahr in Spanien gelebt habe und dort fast täglich mit den Einheimischen in Käfigen am Strand Futsal gespielt und gelebt habe. Das Besondere am Futsal ist für mich eigentlich die Mischung aus körperlicher sowie geistiger Beanspruchung und dass man sich hier wirklich körperlich auspowern kann, aber eben auch mitdenken muss. Also das Besondere am Futsal ist einmal nur das schnelle Spiel. Es ist sehr technikorientiert, sehr taktikorientiert auch, was die meisten nicht wissen und was für uns Spieler natürlich am besten ist. Man kommt unheimlich oft an den Ball. Es gibt deutliche Unterschiede zum Hallenfußball. Ein Spiel besteht aus zweimal 20 Minuten Netto-Spielzeit. Das bedeutet, bei jeder Spieleunterbrechung stoppt die Zeit. Beide Teams haben je fünf Spieler auf dem Feld. Vier Feldspieler und ein Torwart. Das Spielfeld entspricht einem Handballfeld. Wichtig im Vergleich zum Hallenfußball. Es wird ohne Banden gespielt. Somit ist auch das Verletzungsrisiko geringer. Für eine fußballnahe Spielfortsetzung wird der Ball im Aus eingekickt und nicht wie sonst eingerollt. Man wechselt fliegend so oft man möchte, was der Taktik eine besondere Bedeutung zukommen lässt. Als Trainer hat man in meinem Futsal schon deutlich mehr Einflussmöglichkeiten auf das Spielgeschehen. Zum einen, weil das Spielfeld natürlich kleiner ist. Man ist näher am Geschehen dran. Zum anderen, weil durch die Spielerwechsel die häufigen und die Timeout-Möglichkeiten man natürlich auch immer wieder die Möglichkeit hat, mit den Spielern in den Dialog zu treten. Der Futsal-Spielball ist kleiner als der normale Hallenfußball. Durch geringeren Luftdruck ist er sprungreduzierter. Somit liegt der Ball besser am Fuß und erlaubt ein schnelleres Spiel. Der Fair-Play-Gedanke steht beim Futsal im Vordergrund. Es gibt ein striktes Grätschverbot und Paul-Spiele werden von den Schiedsrichtern gezählt. Um Zeitspiel zu vermeiden, hilft die Vier-Sekunden-Regel. Der Spieler darf den Ball nicht länger als vier Sekunden bei sich halten. Mittlerweile gibt es über 2000 Futsaler in Deutschland. Organisierter Spielbetrieb nur auf Länderebene, eine Nationalmannschaft erstmal nur Gedankenspiel. Deshalb hat Futsal auch mit der Außenwirkung noch Probleme. Bei der Einführung des Futsals hatten wir durchaus Probleme. Es ist immer schwierig, etwas Neues zu schaffen, ohne dass es den Menschen näher gebracht wird. Der Futsal ist eben noch sehr unbekannt. Im Gegensatz zum Hallenfußball, den jeder schätzt und auch gut findet. Dementsprechend ist es auch an uns, dass wir den Futsal den Leuten näher bringen. Es gibt ja auch viele Skeptiker, gerade auch in Bayern, die dem Futsal sehr skeptisch gegenüberstehen und es damit begründen, dass es ihnen sehr fremd vorkommt und einfach sehr weit vom Fußball entfernt sei. Ich sehe eigentlich genau das Gegenteil. Ich denke eher, dass der deutsche Hallenfußball viel mehr auf Zufälle angelegt ist, wenn man sich die Bande betrachtet und welcher Fußballer braucht in seiner Ausbildung eine Bande. Also die findet er draußen auch nicht vor. Trotzdem blüht der Futsal im Verborgenen. Doch das könnte sich bald ändern, weil mittlerweile immer mehr Clubs die Hallenvariante für sich entdeckt haben. Ich glaube, es wird noch ein langer Weg sein, den Futsal zu etablieren. Aber wenn man jetzt schon in die Hallen schaut, sieht man auch, dass viele private Turniere schon ersetzt werden durch Futsal. Und in Zukunft wird es mit Sicherheit so sein, dass Futsal den Hallenfußball ersetzen wird, da es einfach viel näher dran ist am Fußball. Wer also technisch hochwertigen Fußball spielen möchte, der sollte Futsal einfach selbst mal ausprobieren. Ich glaube, jeder, der das mal ausprobiert hat, wird es noch ein zweites Mal machen.